Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Garnetv, alles über Aquaristik. Mein Name ist Lukas Müller und wir wollen heute mal ein bisschen über Osmose, Wasser und Osmoseanlagen sprechen. Aber dazu mehr nach dem Intro. Ja, wie einige ja vielleicht schon mitbekommen haben, in meinem Schwimmbreederraum oder auch Zuchtraum genannt, der ja nicht hier ist, sondern gegenüber von unserem Showroom, nutze ich rein Osmosewasser. Bedeutet, in jedem Aquarium, was dort steht, ist Osmosewasser drin zur Zucht. Warum, wieso, weshalb, möchte ich euch ja ein bisschen mal erklären oder erzählen. Zuerst aber erstmal, was ist denn jetzt überhaupt Osmosewasser? Osmosewasser ist am Ende nichts anderes als entmineralisiertes Wasser. Das bedeutet, dort werden einfach Mineralien entzogen, ebenso halt auch Phosphate und teilweise Silikate. Bei mir werden tatsächlich Silikate und Phosphate komplett rausgezogen und am Ende habe ich einen Leitwert von Null. Heißt, wir haben keine Mineralstoffe mehr in dem Wasser gelöst. Am Ende haben wir sehr weiches Wasser, was wir natürlich so pur natürlich nicht verwenden können. Das muss dann dementsprechend dann wieder aufgesalzen werden und das wird mit Hilfe von Osmoseanlagen hergestellt. Da gibt es verschiedene Membrane, die sehr, sehr fein sind und wo das Wasser dann durchgepresst wird. Hier an meinem Standort habe ich insgesamt zwei Osmoseanlagen. Einmal halt drüben direkt für die große Anlage und natürlich auch hier, weil hier haben wir ja Meerwasser-Aquarium. Bei Meerwasser-Aquarium sollte man auf jeden Fall, ja, Osmosewasser verwenden. Ansonsten kriegt man da relativ große Probleme mit Algen und weiteren. Und jetzt sagte ich ja schon, man kann das nicht so verwenden. Warum nicht? Einfach, weil das Wasser ist ja tot. Das ist so weich, das würde nicht so wirklich viele Tiere, ja, würden da drin nicht klarkommen. Und dementsprechend gibt es natürlich verschiedene Aufhärtesalze. Jetzt fragst du dich vielleicht, brauche ich denn jetzt auch Osmosewasser? Nein, also wir sind in der heutigen Zeit so weit, dass wir unsere Garnieren alle auch in Leitungswasser halten können. Wenn man jetzt aber in Richtung Hochzucht oder speziellere Arten gehen möchte, sollte man natürlich überlegen, macht eine Osmoseanlage Sinn, um dementsprechend die Wasserwerte zu haben, die meine Tiere am Ende wirklich auch benötigen für die Zucht? Viele werden ja zum Beispiel schon auf Leitungswasser nachgezogen oder auch gehalten, wie jetzt zum Beispiel die bekannte Bean-Garnele, Red Bee-Garnele, haben wir auch einen Stamm, der wird rein auf Leitungswasser gehalten und gezogen, auf relativ harten Leitungswasser sogar. Und daran hat man sich einfach ein bisschen herangetastet. Die waren auch vorher im Osmosewasser, sehr weiches Wasser mit einer KH von 1 bis 2 und einer Gesamtherte von 5, also wirklich sehr, sehr weich. Und die habe ich immer über Jahre lang immer weiter aufgehärtet, ganz langsam, bis wir im Leitungswasser angelangt sind, wo wir eine Karbonathärte von 16 haben und eine Gesamtherte von 25 tatsächlich, also richtig hart. Und dort vermehren die sich auch prima, wie man das bei mir ja auch sehen kann. Und deswegen sind wir ja in der heutigen Zeit, ist es ja nicht mehr so kompliziert, wie, sag ich mal, vor 10 Jahren, wo man wirklich die Tiere auf Osmosewasser halten musste, damit sie sich überhaupt wohlfühlen und auch vermehren. Heute gibt es auch viele Züchter, die wirklich alle seine, ihr Bean-Garnele auf Leitungswasser halten. Dementsprechend muss man einfach mal ein bisschen Rücksprache halten, wenn man, ja, Garnelen bei jemandem privat vielleicht kauft. Ähm, und das Osmosewasser ist natürlich prima, weil wir haben dort keine Mineralien gelöst und können uns so das Wunschwasser herstellen. Und deswegen habe ich auch gesagt, okay, das mache ich jetzt in einer neuen Anlage einfach. Ähm, aufgrund, einmalseits haben wir eine geringere Keimdichte, ne, im Wasser. Wir haben, ähm, ja, kein steriles Wasser. Also sterile Zucht machen wir nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht so keimbelastet, sag ich mal so, ähm, oder nicht so schnell wie jetzt Osmosewasser. Osmoses Wasser ist dann einfach mal reines Wasser. Und wir härten das am Ende dementsprechend auf unsere Wunschwasserwerte auf. Und dazu gibt es verschiedene Salze von ganz verschiedenen Herstellern. Ich nutze jetzt hier die von, ähm, Salty Schwimp. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel diese wunderschönen, ähm, Sulawesi-Garnelen halten möchte. Die würde ich niemals empfehlen, auf Leitungswasser zu halten. Da würde ich immer auf Osmosewasser, ähm, tendieren. Und dann gibt es so schöne Salze, wo man dann die perfekten Wasserwerte für die Tiere herkriegt, ne. Sulawesi-Garnelen sind wirklich auch nichts für Anfänger, sag ich mal so, ähm, sondern wirklich für fortgeschrittene Aquarianer, die sich wirklich schon mit, ähm, ja, dem Thema befasst haben. Und ich nutze dann dementsprechend halt Mineral-GH plus. Das heißt, die Carbonatherte zum Beispiel bei meinen Bienengarnelen-Karidiner-Arten, ähm, herte ich gar nicht auf, sodass die immer so bei 0 oder 1 bleibt. Das ist echt optimal. Und dementsprechend nur die Gesamtherte, die rege ich immer an, dass die mindestens über 5 einfach ist. Ähm, das ist ganz wichtig. Ansonsten kriegen sie Häutungsprobleme, die Tiere und verenden dann bei der Häutung. Und dann gibt es natürlich auch noch für die Neo-Karidiner-Arten, also die bekannten Arten, Yellowfire, ähm, Redfire, ähm, White Pearl und wie sie nicht alle heißen, Blue Pearl, Orangefire, ähm, GH und KH plus. Damit, äh, härte ich dann am Ende die Gesamtherte und die Carbonatherte auf. Das nutze ich auch, äh, gerne. Und meine Anlage ist ja so ein bisschen untergliedert. Der mittlere, ähm, Abteil, das ist Rhein-Karidiner. Da strebe ich einen Leitwert tatsächlich von 250 an. Der Leitwert gibt an, wie viele Männereien am Ende im Wasser gelöst sind. Ähm, und bei den Neo-Karidiner-Arten, das sind dann die beiden äußeren Strangen, einmal die 120er, äh, Länge Aquaren und die anderen 150er Länge, ähm, die haben ungefähr einen Leitwert von 450. Ähm, den Wert habe ich mir einfach gesetzt, weil ich die besten Erfahrungen damit gemacht habe, bei der Neo-Karidiner-Zucht, ähm, einfach mit 450 zu fahren. Und bei der Karidiner-Zucht bei 250, gibt aber auch hier wieder andere Erfahrungswerte von anderen Züchtern, die vielleicht mit, nur mit einem Leitwert von 100 oder 350 bei Karidiner besser gefahren sind. Ich kann nur dazu geben, ich bin mit 250 und 450 super gefahren und, äh, halte das dementsprechend auch weiterhin so ein. Ich glaube, eben wollte ich schon noch was erzählen, ob du jetzt auch Osmosewasser brauchst. Ähm, nein. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Aquarium mit Leitungswasser betreibst, deine Tiere fühlen sich wohl, sie vermehren sich, warum solltest du jetzt was anderes machen? Wenn du jetzt zum Beispiel diese Solavesi-Garnelen, ähm, dir anschaffen möchtest, dann würde es wiederum Sinn machen, dir eine Osmoseanlage anzuschaffen und, ähm, dementsprechend das aufzusalzen. Das gleiche ist mit Bienengarnelen. Möchte ich jetzt professionell Bienengarnelen halten, ähm, würde ich auch zu einer Osmoseanlage einfach tendieren, um das dementsprechend zu machen. Ich zum Beispiel halte ja jetzt auch die Neo-Karidiner oder züchte sie auf, ähm, Osmosewasser tatsächlich. Dann werden die ja bei uns in die Verkaufsanleitung auf Leitungswasser gesetzt. Damit will ich einerseits nochmal zeigen, ähm, viele Fragen sind, sind die auf Osmosewasser oder Leitungswasser, äh, gehalten oder gezogen. Ähm, wobei ich immer sage, das spielt in dem Sinne keine Rolle, solange die Wasserwerte passen. Ähm, weil Leitungswasser kann die gleichen, äh, Wasserwerte haben wie eine Osmose, Osmosewasser mit einem Leitwert 450, kann ja aus dem Hahn bei irgendjemandem auch da das perfekte Wasser rauskommen, äh, spielt das nicht so eine große Rolle. Unsere Tiere vermehren sich sowohl in der Verkaufsanlage im Leitungswasser, wie Sau, als auch, äh, in der Osmoseanlage, in der Zuchtanlage. Deswegen würde ich da immer gar nicht so krass unterscheiden. Bei Karidiner-Arten würde ich da schon ein bisschen mehr unterscheiden, wobei ich da auch immer wieder festgestellt habe, es funktioniert auch ganz einfach mit Leitungswasser. Aber manchmal habe ich dann auch das Problem, dass sie sich nicht vermehren wollen und erst wenn sie wieder ins Osmosewasser, also ein weicheres und keimarmes Wasser kommen, äh, geht die Vermehrung plötzlich wieder los. Die Erfahrung habe ich auch gesammelt, aber bei Neokaridiner-Arten oder auch bei Amano-Garnieren sollte man sich da nicht wirklich die Gedanken drüber machen. Wenn man sich eine Osmoseanlage anschaffen möchte, dann gibt es ganz, ganz, ganz viele auf dem Markt. Ich verlinke euch mal, ähm, die beiden, die ich, äh, die ich selber habe und die ich nur empfehlen kann. Es macht Sinn, einfach ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen und was Vernünftiges zu kaufen, statt irgendwelche 70, 75 Euro Teile, ähm, die ein Abwasserverhältnis von 1 zu 4 haben. Das bedeutet, für ein Liter Osmoserwasser verbrauche ich 4 Liter Wasser und am besten erholt man sich wirklich eine, äh, Osmoseanlage, die 1 zu 1 macht. Und das Schöne ist, man kann das Wasser ja auch trinken. Das ist richtig, richtig lecker. Ja, und jetzt kommt der große Aufschrei. Was, du kannst doch kein Osmosewasser trinken, äh, du kannst auch kein destilliertes Wasser trinken. Das haben ja unsere Eltern uns alle mal so richtig eingefürzt. Das ist giftig, man stirbt davon. Das ist natürlich völliger Quatsch. Das Wasser ist ultra lecker. Tee oder Kaffee müsst ihr einfach mal probieren. Richtig, richtig lecker. Und dementsprechend kann man sich, wenn man sich eh eine größere Anlage kauft, ähm, und sowieso Mineralwasser gerne trinken möchte. Ich zum Beispiel mache nichts anderes aus dem Hahn trinken, beziehungsweise dann über die Osmoseanlage gefiltertes Wasser trinken. Schmeckt richtig, richtig gut und kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, verlinke ich euch unten nochmal in der Videobeschreibung, äh, die ich habe, beziehungsweise ein paar mehr noch, die ich noch weiterempfehlen kann. Und da wirklich mal drauf achten. Und ich sagte ja vorhin schon, dass ich, ähm, auch Silikate und Phosphate rausfilter. Ähm, das funktioniert noch mit einem Entminerisierungssalz. Das ist meistens Mischbetharz. Einfach noch mal hinter gescheit. Das sind so Kartuschen, äh, die ich selber mit Mischbetharz fülle oder die gibt es auch schon bereits, äh, vorgefüllt. Äh, da habe ich immer so zwei, drei tatsächlich Kartuschen nochmal, äh, dranhängen. Und dort läuft zum Beispiel, wo das Osmosewasser rauskommt aus der Osmoseanlage, geht dann nochmal durch diese Kartuschen und ist dann wirklich bei einem Leitwert von Null. Und ich habe wirklich gar nichts mehr drin und habe halt wirklich reinstes Wasser. Macht man im Normalfall eigentlich hauptsächlich nur, äh, im Meerwasserbereich. Ich mache das Ganze aber auch im Süßwasserbereich, weil ich habe einfach ein bessere, ja, besseres Gefühl, aber auch ein besseres Resultat der Tiere, habe ich das Gefühl bei der Zucht. Ähm, weil ich einfach noch reineres Wasser nehme. Wie gesagt, wir machen hier keine sterile Zucht oder so weiter. Ich meine, genug Keime sind da drin. Wir haben halt nur sehr, sehr viele Tiere manchmal so, wenn die sich vermehren. Na, wenn jetzt so, keine Ahnung, 50, 60 Weibchen da werfen, dann haben wir ja da ein paar hundert bis tausend Jungtiere drin. Und die mögen natürlich frisches, sauberes Wasser. Und damit sind wir einfach am besten gefahren. Und sterile Zucht kann ich jetzt, sage ich mal so, auch nicht unterstützen, weil da wäre das Problem zum Beispiel, wenn ich jetzt Tiere abgebe, dass, ähm, ja, die am Ende gar nicht so wirklich, äh, neue Wasserwerte oder andere Keime kennen. Ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, dass im Aquarium so ein bisschen, bisschen übers Jahr her immer mal ein bisschen verschiedene Wasserwerte sind. Ähm, verschiedene Keime werden sowieso immer mal reingekommen, weil man doch mal mit der Hand reingreift, weil doch mal irgendwo was am Futter oder whatever ist, äh, was die Tiere am Ende nicht krank macht oder sonst was, sondern einfach auch das Immunsystem, äh, aufbaut. Ähm, da, äh, habe ich auch eine sehr gute Folge, Podcast-Folge bei MyFish über Huminstoffe gemacht. Sehr, sehr wichtig, um zum Beispiel einfach das Immunsystem zu stärken bei unseren Garnelen, Fischen und Aquarienbewohnern. Ähm, wer da Interesse hat, ich verlinke es euch hoffentlich hier oben. Wenn nicht, schreibt es mal unten in die Kommentare, dann, äh, treibt es auf jeden Fall nach. Und, äh, daher kann ich sterile Zucht überhaupt nicht empfehlen oder, äh, das fördern. Äh, und, äh, da will ich auch nochmal klarstellen, ich weiß auch gar nicht, warum ich mich an diesem Thema gerade so lange aufhalte. Äh, wir tun es nicht. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, warum ich darauf komme, dass wir das überhaupt tun sollten. Ähm, aber ich finde es einfach auch nochmal einen wichtigen Punkt eigentlich, um euch das mitzugeben. Sterile Zucht, ähm, gibt es bei Fischen, glaube ich. Oder gibt es, ja. Kann ich nur nicht unterstützen oder sagen, das ist cool. Weil es einfach wichtig ist, es ist wie mit uns Menschen. Würden wir zum Beispiel wirklich jetzt hier eingesperrt sein und würden nur reines Essen, keine Ahnung, nur reine Vitamine und sonst was nehmen und würden dann ja rausgehen und werden von allen möglichen Keimen in der Bahn und so weiter belagert, werden wir ja natürlich sofort krank. Ähm, und genau das ist das gleiche, äh, Thema. Und daher werfe ich auch immer Laubblätter, sehen meine Baumblätter, ganz unbehandelt, einfach nur ins Aquarium, da kommt dann nämlich genug rein und, äh, härtet die Tiere am Ende auch ab. Und dementsprechend sehr, sehr viele Huminstoffe. Sehr, sehr wichtig. Gerne anhören und ansehen. Den Podcast bei myfish.org. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Bestimmt. Wenn, ist aber nicht schlimm, dann erzähle ich euch das auf jeden Fall als das nächste Mal. Mich würde natürlich interessieren, arbeitest du mit Osmosewasser? Wie sind so deine Erfahrungen? Bei welchen Wasserwerten hältst du deine Garnelen? Und wo hast du die Erfahrung gesammelt, wo die Tiere sich stark vermehren und wo eher weniger? Das würde mich mal mega interessieren. Schreib es mal unten in die Kommentare. Und, äh, ich freue mich natürlich, äh, sehr, wenn du hier auf Spotify mir folgen würdest. Ebenso auch bei YouTube einen Daumen nach oben lässt und ein Abo dalässt. Demnächst geht es ja los mit unserer schönen Aquarienserie. Das, die Videos sind ja jetzt alle fertig. Wir warten jetzt nur noch auf die Freigabe, so wirklich, ähm, von unserem Sponsor. Und dann freue ich mich, äh, wenn es jetzt richtig, richtig losgeht. Ich hoffe, ihr genießt das schöne, warme Wetter. Es ist richtig, richtig heiß. Ähm, ich freue mich, äh, dass es eigentlich so heiß ist, weil ich mag das Wetter total gerne. Und bevor ich jetzt hier noch ganz viel unnötigen Quatsch erzähle, verabschiede ich mich und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Schaust du gerne in TV, wirst auch du gerne in Schlau. Mein Name ist Lukas Müller. Ciao, bis dann.